So, willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 Story Modus. Lester ruft an. Oder wir rufen Lester an. Richtig, so. Ja, das, ähm, oder diesen Anruf haben wir letzte Aufnahmesession auch schon getätigt. Aber, da hatte ich irgendwie ein bisschen Probleme mit meiner externen Festplatte oder so, weil die war auf einmal weg. Oder zumindest, also, die Festplatte, die Maus, die Tastatur, alles war komischerweise auf einmal weg. Naja, aber ich habe die Aufnahme zum Glück sichern können. Ähm, aber, nun gut, würde ich mal sagen, geht's jetzt vielleicht schon. Ich sage jetzt wahrscheinlich das schon seit, ah, ja, ähm, seit fünf Folgen oder so, dass es die letzte Mission ist. Aber, das ist ja erst die vorletzte Mission. Ähm, deswegen werde ich das heute wahrscheinlich auch wieder nicht schaffen. Aber eine Mission mache ich auf jeden Fall. Das müsste diese Raub, ähm, Mission sein, weil wir haben ja schon alles hergerichtet. Jetzt gerade nochmal der Anruf bestätigt hat vom Läster, dass die Muscle Cars, also unsere Fluchtautos, die sind jetzt, ähm, oh, falsch, falsch, falsch. Doch, richtig? Lol. Ähm, die Autos, genau. Die haben wir alle beieinander. Das ist schon mal sehr gut. Und, ach so, so kann man auffahren, okay. Ach nee, hier ist... Ach, ich kenne mich doch nicht hier nicht aus. Ach man, diese Navi sind wir, ich check das nicht. Egal. Zumindest haben wir die Autos jetzt beieinander. Und, was brauchen wir noch? Wir brauchen die, ähm, wie hießen die, die, die Polizei. Also bei der Polizei waren wir auch, da haben wir ja diesen Transporter geklaut. Das haben wir auch erledigt, das ist auch gut. Das war auch total easygoing, das war ein bisschen zu leicht. Insgesamt die ganze, ähm, den gesamten Überfall irgendwie, den organisieren, kam mir ein bisschen zu leicht vor. Ich hoffe jetzt, der Überfall ist jetzt nicht brutal schwer. Ich verkack da fünfmal oder so. Ich hoffe nicht. Aber ich denke, wir haben ja, ähm, gutes Personal. Und dann müsstet ihr schon laufen. Oh, muss erst mal ein neuer Tag werden, okay. Where's the rest of the crew? Outside. Hey, good luck, homies. I'll see y'all at Mission Roy. Oh, we'll see you there with approximately eight tons of gold. Four tons. Na, eight. Alright, people, let's go. Get in the car, baby. We are about to make history. Come on, we're on the clock. Let's get to the tunnel. Ja, schauen wir mal, ob wir noch Geschichte schreiben. Das wird sich noch herausstellen. So, begib dich. Was? Das sind die Besten, hey. Oh, look. Listen to this asshole. It's all good. No one is being set up. I've heard that before. Shut it, Trevor. This is the big one. And fuck me if we don't need any doubts in the back of our heads. Oh, das ist immer so richtig. All right, trucks aren't here yet. Let's sit tight. No need to panic. We weren't panicking. Something wrong? Nothing's wrong. We just gotta wait. You saying don't panic makes me wanna panic. Hey, here we go. This is it. All right, all right. I see the vans. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Deploy the stinger. Nice one. Nice. Okay. And now the overfall. Get out of the vehicle. Get out of the vehicle. Let's go. Oh, shit. Move your ass. You do not want to die for this shit. Shit. Oh, shit. Your move, buddy. No, no, no. Get a fucking move on. Come on. Move. Hurry up. Just hold on. Oh, oh. Okay. Okay. What's that? You're lucky. Yeah, we got a one minute window before the GPS starts reading abnormal. Oh, then let the slaughter come out. Oh, who do you like? This one. Oh, shit. Hey, please. Whatever you want. Yeah, no shit. We need you. No, no. What's your name? Casey. Casey. Get in the fucking truck. Let's go. Go, go, go. Get in. Let's go. Come on. Move. Wimperin. Okay, go, 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 go. Here we come. Begib dich zum Depot. Okay. Ähm. Alles rot drüber. I'll just be crappin' myself. I'm about to rob the biggest bank on the planet. Fuck. Fuck. Look. Casey. I need you calm. You're no use to me when you're freaking the fuck out. Where you want to be right now is useful. Okay. Hey. I was expecting you like half minute ago. building grafik box ich habe keinen boden oder keine wand was geht ab sorry leute aber ich kann jetzt glaube ich nix machen ja wir sind immer richtige hacker leute Ja, wo ist denn der? Alter, ich sehe halt überhaupt nichts. Das könnte jetzt schwierig sein. Lol. Was soll ich machen? Leute, was soll ich machen? Ich glaube, ich soll hier hin, oder? Zumindest ist hier der Punkt. Alter, hier sind unsichtbare Wände. Was soll ich denn machen? Alter, was geht denn hier ab? Ist das Level jetzt kaputt, oder was? Kann ich das irgendwie neu starten? Kann ich das irgendwie neu starten? Spiel. Müsst ihr noch mal spielen? Ja, geht doch nicht anders. Geht nicht, oder was? Oh, okay. Ja, kann ich mich irgendwie killen, oder so? Ah, hier kann ich irgendwie rauf, oder? Boah, das ist doch kacke. Kann ich hier vielleicht wieder einsteigen? Geht auch nicht. Was ist denn das für ein Bug? Okay, hier ist unsichtbare Wand. Okay, ich war ja hinter den Transporter. Hier ist auch Ende. Wo war denn nicht gestanden? Hier, oder? Also, ja, hier irgendwo hinter den Transportern. Unsichtbare Wand. Hier komme ich gar nicht mehr weiter. Okay. Heiliger Strohsacke. Was geht denn bei euch? Wenn ich halt... Ich sehe halt... Ah, hier ist eine Treppe. Okay. Warte, 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 Michael. Ja, die Richtung. Nee. Jetzt bin ich oben. Kann ich hier runter? Jetzt schwebe ich, oder was? Leute, was ist denn das für ein Zeugenmann? Ich will die letzte... Nee, okay, die vorletzte Mission Zeugenmann. Was ist das denn? Was scheiße ist das? So, rauf hier. Okay, hier komme ich nicht weiter. Okay, Spiel beenden. Ja, Spiel laden. Ähm, siebter, fünfter. Siebter, fünfter? What the heck? Ja, muss ich aber laden. Ja. Geht nicht anders, Leute. Es geht nicht anders. Was ist denn das? Mach ich das Spiel noch kaputt? Oh, Mann. Kann doch nicht euer Ernst sein. Ich hoffe, wir... Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, wir sehen uns in der Mission wieder, oder? Okay, ja, bis gleich dann. Leute, was ist denn? Wovor geht's denn? Loy! Okay. Okay, jetzt bin ich... Jetzt bin ich endlich im Gebäude. Alter Schwede. Hat er aber gerade wieder Grafikpacks. Wie geht's? Wie geht's? Äh, gut. Ja, ähm... Ähm, gut. What the heck What Hätte ich das jetzt abknallen müssen oder was Ach Leute Habe ich Grafik Bugs Und dann Ist einfach der Mission gescheitert oder was So folge dem Manager So Hier irgendwie rein Ich muss mir mal andere Let's Plays angucken Ob die das gleiche Problem hatten So Manager folgen So okay und jetzt Moment Info Folge dem Manager Ich kann ja nix machen hier What the heck Alter Leute Ich check das nicht mehr Okay Hey So you know what to do Uh-huh Come on Okay Okay Gentlemen Good job to do Absolutely that's You know what to do Okay So you know what to do